Kultstar Ali Khan, quält er seine Dogge? Wir gingen der Sache nach und machten nach Minuten lang Recherchen eine grausige Entdeckung. Nach Minuten lang Recherchen eine grausige Entdeckung. Hallo, eine grausige Entdeckung. Verdammt Felix, jetzt fahr das Band ab. Danke. Die wahre Geschichte ist so fantastisch wie der Beliebtheitsgrad des TZ-Reporters. Ali Khan muss an einer massiven Eisenkette Tag und Nacht unter einem baufälligen Hauseingang sein armseliges Leben verbringen. Völlig verschüchtert zieht sich die geschundene Kreatur bei unserem Besuch in ein Eck zurück. Diese beiden abgenutzten Fußmatten sollen Ali Khan im Winterschutz vor der bitteren Kälte bieten. Doch nichts ist so kalt wie das Leben des Moderators selbst. Der einst so stolze Mann adeliger Abstammung ist nur noch ein Schatten seines Daseins. Während der gebrochene Moderator von unermesslichen Schmerzen geplagt wird, lässt es sich die Kultdogge auf dem edlen Konoli-Sofa gut gehen. Selbst unsere Dreharbeiten lassen in dem Untier keinen Zweifel an der unsachgemäßen Haltung des Moderators aufkommen. Im Gegenteil. Der schwarze Vierbeiner begegnet uns mit Gleichgültigkeit und ist zu keinerlei Stellungnahme bereit. Ali Khan kämpft tagtäglich gegen den Durst an. Aus den rostigen Leitungen kommt nur tröpfchenweise übel riechendes Brackwasser. Manchmal schleichen sich Nachbarn auf das asbestverseuchte Gelände in Ismaning, um Khan einen Napf mit stinkenden Küchenabfällen vor den Unterschlupf zu stellen. Doch sein Herrchen lässt Ali zu wenig Auslauf. Das Mitleid der Anwohner verdampft in einem halbherzigen Versuch. Die grausame Dogge schmückt sich indes mit schnödem Mammern, finanziert durch Khans Lohn für seine allabendliche Moderation. In den wenigen Momenten, in denen der gequälte Perser sein Schicksal selbst in die Hand nehmen möchte, schreibt Ali Briefe der Sehnsucht an sie. Doch jeder von uns sieht beim Anblick dieses Unrechts einfach weg. Manchmal, nach einer gelungenen Sendung, darf Ali Khan zur Belohnung ein bisschen trommeln. Aber selbst diese Freude ist niemals von langer Dauer. Denn mehrmals am Tag wird er Opfer einer brutalen Vergewaltigung durch sein Herrchen. Die Sexualpraktiken, die Khan über sich ergehen lassen muss, sind schmerzvoll. Aber die Kultdogge genießt seine Macht. Sehen Sie in die Fratze des Bösen und lesen Sie auch morgen wieder die TZ, wenn dort zu lesen ist, dass Ali Khan seinen Redakteur gewinnt.